Und wann fängt es an? Na toll! Das hat es bereits. Aber es fängt doch gerade eben erst an. Für dich vielleicht. Aber für uns ist es bereits das tausendste Mal. Das ist doch gar nicht möglich. Zum aber tausenden Mal. Es ist ein YouTube-Short. Es fängt immer wieder von vorne an. Und wenn es von vorne anfängt? Verlierst du deine Erinnerungen. Also sagt ihr immer wieder dasselbe. Genau. Ihr seid ganz schön geduldig. Tja, wir sind NPCs. Und wie können wir es beenden? Du darfst am Anfang nicht wieder die gleiche Frage stellen. Sonst sind wir hier auf ewig gefallen. Am Anfang? Wovon? Am Anfang von diesem YouTube-Short. Mensch, hörst du etwa nicht zu? Doch, versuche nur das Ganze zu kapieren.